Wir sind in Österreich. Arno und ich sind unterwegs zur Vienna Comic Con. Comic Con in Wien. Schon mal gesehen, dass sich jemand so über Kaffee freut? Wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Super, super glücklich. Ist schon eine Elf. Das ist eine Elf. Freunde, ich sag's euch. Comic-Sand. Kommt wieder ganz groß in Mode. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag. Guck mal, da ist Peter. Da ist Mago. Da ist Mazat. Wir fahren jetzt so Beats wie Cardigan. Das ist unser Zug übrigens. Das ist unser Zug übrigens. Botbistro. Auf geht's! Es ist der erste Messetag. Wir sind gerade auf dem Weg. Es ist 8 Uhr noch was. Es gibt auch hier, wie bei der Gamescom ganz ähnlich, Leute, die sich Tickets holen können, die eine Stunde früher auf die Messe kommen. Immer sehr zum Ärger der Aussteller, die dann halt noch früher da sein müssen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg nach Halle B. Mal gucken, ob noch alles steht. Und da geht's auch gleich schon los. Leute, wir haben uns gerade mal ein bisschen Backstage geschlichen. Peter ist auch da. Hallo! Und schaut mal, ist total geil. Weil man hat hier vom Backstage, hast du quasi aus so einem gläsernen Kasten heraus, kompletten Blick über die gesamte Messe. Das ist echt ganz geil. Da hinten, da ist Annes' Stand. Genau da. Jetzt kann man da oben auch ins Restaurant reinschauen. Schau mal. Jetzt sind wir auf der gleichen Höhe. So, die Messe hat jetzt seit ungefähr einer Stunde offen. Man merkt so langsam, es füllt sich. Es füllt sich. Man hat mir schon gesagt, bis zum Mittag soll's hier richtig voll werden. Werden sehr, sehr viele Zuschauer und Besucher erwartet. Ich bin jetzt hier gerade an einem Lichtschwert stand angekommen. Den gucken wir uns mal ganz genau an. Witzigerweise, das finde ich halt so wild hier. Hier hast du Lichtschwerter. Hier hinter mir Lichtschwerter. Käse. Wild. Okay, Freunde. Mir wird hier soeben gerade ein originales Sailor Moon Lichtschwert gezeigt. Und ich bin ja schon sehr versuchbar zu sagen. Es macht sogar Sailor Moon Sounds. Das ist schon... Und schaut mal, wen ich gefunden habe. Es ist der einzigartige Kim TNT, Schöpfer diverser Musikkunststücke. Und unter anderem unseres Podcast-Jingles. Also wer unseren Podcast hört, hat die Musik... Dieses Mann ist bereits in seinen Ohren vernommen. Schön, dich mal zu treffen. Ja. Hast du einen Tipp für mich? Ein Wort, ein wienerisches Wort, was man wissen muss? Das ist Orch-Kerzen-Schwab, aber das kannst du sicher schreiben. Orch-Kerzen-Schwab? Orch-Kerzen-Schwab. Okay, das ist der Schwanz eines Eichhörn-Teams. Ja, genau. Also das ist der Klassiker. Ich habe gehört. Der kommt sicher. Klar, Ur ist gut so. Ja, Ur, Ur, Euder, Euder. Ur, 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 Euder. Alles klar. Wieder was gelernt. Ja. Wir können gerne anbieten. Alles ein Haberer. Hast du schon Ur gehabt? Ur? Was? Ur. Ur. Das ist halt einfach sehr. Das ist viel. Urgeil. Ja, genau. Urgeil. Ur, Ur viel. Ich habe Ur-Hunger. Ich habe viel Hunger. Nee, Haberer ist der Kumpel. Der Abi. Der Freund. Der Abi. Der Abi. Abi. Was geht? Okay. Was geht? Und wenn ihr an Kasten denkt, was würdet ihr denken, was ein Kasten ist? Ein Bierkasten. Ich hab's gewusst, dass das kommt. Ja, ja. Und was hättest du jetzt gesagt? Oder auch? Nee, eigentlich nur so ein Schrank, der wie ein Kasten aussieht. Okay, gut. Und du, was hättest du gesagt? Ein Kasten ist halt eine kleine Box. Und meine Freundin hat auch eine schöne Truhe gesucht. Ja, ja. Und sie hat dann gesagt, ich kann jetzt aber nicht fragen, was suche ich? Und dann hat sie aber gemerkt, dass Kasten Schrank halt auch heißt. Oder zum Beispiel, wenn ich sag, gib was in den Eiskasten rein. Ich hab Schrank geschlagen. Einigermaßen. Ja. Das ist echt. Applaus. 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 So. Wienerisch Kurs erfolgreich hinter mich gebracht. Hab viel gelernt. Konnte gerade zum Beispiel an dem Stand gut vermitteln, als jemand nach einem Sacker gefragt hat und ich erklären konnte. Moment. Das ist eine Tasche. Freunde. Ich geh mir jetzt erstmal schönes 60er, 16er Blech hinter die Binde ballern und weh quatschen. Ich hab ne Mission. Ich muss jetzt für Flo ein paar Yu-Gi-Oh-Karten besorgen und für mich ein paar Magic-Karten. Das heißt, ich mach mich jetzt auf den Weg, mal zu gucken, wo es Yu-Gi-Oh-Karten gibt. Mal schauen, ob ich fündig werde. Freunde, wir sind jetzt in Recklinghausen angekommen. Die Reisegruppe ist super glücklich. Ich freue mich so sehr. Yeah. Denn wir verlassen jetzt den ICE und gehen über in den Regionalexpress. Der uns nochmal irgendwo hinführt. Mönchengladbach. Stimmt, da ist unser Ziel. Und dann geht's los. Zu den Fohlen. Fohlen. Was? Zu meinen Fohlen. Das ist wahrscheinlich Fußball oder so ein Scheiß. Freunde, Qualifying meinerseits ist durch. Dave und ich. Wir haben eigentlich relativ gut Profond. Wir sind jetzt gerade von Fischi abgezogen worden. Wie man da oben schön sieht. Das ist der beste Zeitpunkt, um zu filmen. Jetzt sind nämlich erst vier Leute im Qualifying gefahren. Wir sind Platz zwei und drei. Platz zwei und drei. Die haben keine Chance, die anderen. Keine Chance. Wir werden dann sehen, wie das Endergebnis war. Aber ich wollte euch ganz kurz mal hier rumführen. Das ist superschön. Da hinten Mini-Golfanlage. Haben wir auch schon gespielt. Hier zum Beispiel auch ein schöner Jules, der hier das alles mit organisiert hat. Die zum Beispiel krass am moderieren. Lena krass am organisieren. Dave krass am produzieren. Ich kenne ihren Namen nicht, aber sie ist krass am Kamerazieren. Und hier läuft es rund, meine Damen und Herren. Und da hinten, da hinten findet noch die restliche Magic statt. Hier hinten ist Action. Sonja macht sich schon ready in ihrem Kampf-Outfit. Ist eigentlich Ninja, könnte man sagen. Wow krass. Ich habe vergessen, dass du so super sportlich geworden bist. Ey, Gratulation. Stark. Stark Arthur. Mango auch schon wieder Killer-Modus. Mazat auch Killer-Modus. Momentan Team Rot dadurch erster Platz. Muss man sagen. Haben hier durchgeführt. Hier übrigens noch mal ganz kurz die Partner, die das unterstützen. Grüße gehen raus. Immer wieder gut. Leon hat hart die Bande geküsst. Aber herzlichen Glückwunsch. Es war sehr gut aus. Ich musste testen, welche Kurven kann man mitnehmen, welche nicht. Okay. Das hat er gut getestet. So, da hinten fährt jetzt unsere Lena. Wer ist der nächste? Franzi und Lena fahren zusammen. Das wird spannend. Ich bin gespannt auf die Zeiten. Die Zeiten gehen los. Momentan sind wir immer noch auf Platz 2 und 3. Dave und ich sehr froh mit Arthur. Platz 1, 2 und 3. Wird gut. So viel ein bisschen behind the scenes. Ich guck mal kurz in die Live-Regie. Bestimmt sind die tierisch genervt davon. Aber wir gehen trotzdem rein. Ich hab den Stand endlich gefunden. Und die Auswahl ist krass. Es könnte viel zu viel Geld ausgeben. Aber Paul. Mein Gott, wenn du hier wärst. Schau mal bitte was da an Malkana-Karten gäbe. Ah, wärst du froh. Vielleicht bringe ich dir einfach was mit, Paul. Ich hab noch ne Idee. Okay. Der Tag neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber es wird immer verrückter. Ich habe gerade tatsächlich Yoshitake Amano treffen dürfen. Der jetzt gerade witzigerweise wieder hier sitzt und Autogramme gibt. Habe ich grad hinten im Backstage-Bereich getroffen. Und der hat uns 4 Artworks gegeben. Von sich. Also Originale. Die wir nächstes Jahr für Loot für die Welt versteigern dürfen. Für guten Zweck. Freue ich mich sehr. Vielen Dank nochmal. Konnt leider nicht filmen. War mir unangenehm, ganz ehrlich zu sein. Dann werd ich dann auch mal zum Fanboy. So Freunde. Ich hab jetzt gerade den Stand von meiner Frau übernommen. Und sitz jetzt hier und guck mal wer was haben will. Aber da gerade keiner da ist, nutze ich die Pause mal und zeig euch was ich alles ergattert hab. Die Bücher habt ihr ja schon gesehen. Für den guten Marco eine fantastische Warmer 40.000 Astra Militarum Duftkerze. Außerdem hab ich hier für den guten Flo. Mit dem hab ich nämlich geschrieben was er haben möchte. Und wir haben hier einmal ein paar Booster. Yu-Gi-Oh! 25 Anniversary Edition Dings. Kommens hier Dark. Neostorm wollt ihr einmal haben. Und einmal Dark World Structure Deck. Bringen wir ihm natürlich mit. Ja und außerdem viele leckere Süßigkeiten. An so einem Stand mit amerikanischen Süßigkeiten. Das darf natürlich nicht fehlen. Leckere Süßigkeiten aus Amerika. Viel zu süß. Viel zu ungesund. Aber irgendwie dann doch ganz geil. Muss sein. Hier übrigens nochmal der smarteste Stand der Messe für alle Cosplayer. Next Center Egelholz Norbert. Ist wirklich gut, dass die hier sind. Ich glaube wir waren wahrscheinlich schon viel und haben sich ihre Cosplays fixen lassen. Erste Promokarte hab ich mir gerade am Stand gesnackt. Paul. Ich hoffe du weißt das zu schätzen. Ein Pinocchio. Und ich bin jetzt hier exklusiv bei der Anspielstadt. Wir spielen jetzt zur vierten Match. Da hol ich dir deine zweite Promokarte. Und meine Mitspieler, ich begrüße recht herzlich. Hallo, hallo. Hallo. So wir haben vier Decks von uns. Jetzt wird noch eine Orkana gespielt hier. Richtig. Dann geht's weiter. Alright, vorne ist ja meine erste Runde. Vorhin habe ich gespielt. Sehr interessantes Spielprinzip. Ohne Lebenspunkte. Sondern tatsächlich eher so mit Erkundungsmarken. Ist sehr sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Lässt sich auch, ihr seht es ja gerade mit drei anderen Personen gleichzeitig spielen. Kein Problem. Merke hier aber schon den Pressure am Tisch. Also ihr seht schon. Da ist schon einiges ausgespielt. Und ich glaube jetzt wird's wild. Ich mache den Prinzen zu einer Tinte. Okay. Damit habe ich zwei. Und jetzt spiele ich die Megakarte, die hier alles gewinnen wird. Hey, hey. Hey, hey. Runde erfolgreich beendet. Gezwungenermaßen, um ganz ehrlich zu sein. Wir mussten aufhören, weil die Messe jetzt schließt. Es ist 19 Uhr. Aber, lieber Paul. In dem Moment, wo du das siehst, wirst du es schon haben. Aber vielleicht freust du dich ja trotzdem. Ich habe nicht nur ein Starter-Set für dich, sondern auch zwei Promokarten, die es nur hier auf der Messe gibt. In Holo habe ich einen Pinocchio und eine Rapunzel für dich ergattern können. Ich hoffe, das macht dich glücklich. Ich werde da gleich auch noch eine Story machen, damit du sehr glücklich sein kannst und mission erfüllt. Ansonsten, Fazit des ersten Tages, muss ich sagen. Sehr positiv. Gefällt mir sehr gut die Wiener Comic Con. Also Props an die Veranstalter und vor allem an Chang. Die habe ich ja schon treffen dürfen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich freue mich schon auf den zweiten Tag. Und nächstes Jahr, denke ich, sind wir dann auf jeden Fall auch zu dritt hier in Wien unterwegs. Doch so viele nette Österreicher. Da kann man auch mal zu dritt vorbeikommen. Freuen die sich. Während ich hier gerade noch vorbeilaufe, ist hier noch die letzte Schlange der Messe, die da steht für Jonathan Frakes. Der da gerade sitzt und Fotos und Autogramme mit den Leuten macht. Wild. Ich habe ihn zwar nur aus der Ferne gesehen, aber ein bisschen verliebt bin ich schon. Jonathan. Toller Typ. Freunde, ich bin im Hotel angekommen und ich habe 420. Ich habe das Zimmer, das Zimmer bekommen. Ich bin schwer gespannt. Ich komme mir jetzt kurz das Zimmer an und danach suchen wir noch eine Bar auf. Peter und ich. Es war ein wunderschöner Abend. Das stimmt. Vielen Dank an dich Paul und an eure ganze Community. Ja, sehr, sehr gerne. Es war ein wunderschöner Abend. Wir sind noch kurz unterwegs gewesen und jetzt genießen wir das Schöne von München Gladbach. It's so beautiful. Du siehst die Fingerprints von Freddy an jedem Quadratmillimeter. Weil wir haben festgestellt, Freddy gehört alles in München Gladbach. Jeder Millimeter gehört Freddy. Hat er mir gesagt. Und wir gehen jetzt ins Bett und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschau. Einen wunderschönen guten Morgen vor der Messe, Freunde. Es ist Sonntag. Wir haben es, ich glaube halb neun ist es kurz vor Eröffnung. Draußen schüttet es in Strömen. Und ich sehe nicht jetzt, dass ich die Kamera angemacht habe. Gerade noch in Halle A. Und ihr seht, es ist im Gegensatz zu gestern kein Mensch hier. Da seht ihr noch die Beweise von gestern. Jaja. Der ein oder andere wohl sich ein Bierchen gegönnt. Ich nutze die Morgenstunden immer, um mich schon mal so ein bisschen umzuschauen. Die Stände nicht so voll sind, ob man so das ein oder andere Juwel findet. Dann war gerade noch mal ein Stand mit super vielen Super Nintendo Spielen. Muss aber immer wieder feststellen, ich habe scheinbar eine sehr gute Sammlung zu Hause. Alles was die da haben, habe ich auch. Das Einzige was ich tatsächlich gesehen habe, was nicht in meinem Besitz ist, ist Super Metroid. Irgendwie habe ich das damals jedenfalls immer nur aus der Videothek ausgeliehen und gespielt. Nie wirklich selber besessen. So, Frühstück gefunden. Ich habe mich gerade mal an den Stand bei Arne gesetzt. Sie hat mich gleich ein Panel auf der Hauptbühne und ich übernehme dann kurz noch mal den Stand. Aber ich sagts nicht weiter, Freunde. In Wirklichkeit schaue ich die Worlds. Finale ist. Muss doch gucken. Was soll man denn machen sonst? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn das Vader mit ein paar Sturmtrupplern bei mir vorbeiläuft, bin ich direkt so stillgestanden. So, Arne ist zurück. Und was soll ich sagen? SKT macht den Durchmarsch. Das ist ein sauberes 3-0. Gillette-Rasur einmal durch. Das Spiel ist jetzt gerade vorbei. Wo seht ihr das? Wird schon eingeblendet. Ganz schnelle Nummer hier. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Vielen Dank an Faker und SKT. Weil da muss ich jetzt den Stream nicht länger laufen lassen auf der Messe. Es hat schnell abgehakt. Hätte mir zwar ein spannenderes Finale gewünscht. Halbfinale fand ich deutlich spannender. Aber es sei ihnen gegönnt. Schöne Comeback-Story für Faker, finde ich. Herzlichen Glückwunsch. So, Freunde. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Content Creator Stage. Da gibt es jetzt das berühmt-berüchtigte Mehlspeisen-Ranking. Ich habe bis jetzt rausgefunden, dass sehr viel Mehlspeisen auch vor Ort sind und verkostet werden. Deswegen habe ich jetzt nichts zum Mittag gegessen. Mehlspeisen klingt so unspektakulär. Aber ich wette, das wird bestimmt toll. Das ist ein Grund haben, warum die Österreicher da draußen stolz sind. Ich lasse mich mal überraschen. Auf Schule! Auf Schule! Auf Schule! Auf Schule! Auf Schule! Freunde, wir sind Backstage. Hi, cool! Wichsenwirt ist da. Anne ist da. Katha ist da und noch ganz viele andere. Und wir gehen jetzt gleich auf die Bühne. Und ich bin ja verwirrt. Ich habe rausgefunden, was Mehlspeisen sind. Das ist einfach Kuchen. Ja, Mehlspeisen ist Kuchen. Ist so süß, Süßspeisen. Süßspeisen? Ja, genau. Kaiserschmarrn, auch eine Mehlspeise? Es ist eine Speise, aber es ist keine Mehlspeise. Keine Mehlspeise? Es ist schon eher so Kuchen. Okay. Und das wird jetzt gleich auf der Bühne verkostet und dann gerankt, Freunde. Es wird wild. Aber hast du schon probiert? Wir zählen doch runter. Oh nein! Halli! Wir zählen runter. Drei! Eins! Eins! Das ist ja Haselnuss. Ja, ja. Das schmeckt wie Nutella. Das ist ja mega geil. Ähnlich, ja. Ich weiß nicht. Das ist 10 vor 10, sorry. Äh. Cheesecake. Ja, 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 genau. Es gibt noch dieses komische Melonenbrot. Das ist auch so. Melonpan. Zwei! Eins! Los! Ja! Ihr habt's doch mit Alkohol, ne? Da ist was drin, oder? Aber die ist sehr gut. Wow! Packt ihr da Alkohol rein? In die Cremeschnitte? Bisschen oder bisschen? Wie viel oder was rum? Umländerung. Wie viel oder was rum? Du hast es so. Lass mich zu schicken. Die andere sind ja immer mit Alkohol. GeForäune. Wie viel oder was rum? Du hast es sicher. In der Nähe des Körpers. Du hast es sicher. Du hast es sicher. Du hast es sicher. Und du hast es immer. Du hast es zu viel. Du hast es sicher. Du hast es sicher. Halle A, auch sehr geil, bisschen größere Brandstar, Nintendo und Disney und so, Runde Locana gespielt, viele Bühnen vor allem, auf denen echt viele Auftritte sind, das ist ganz gute Stimmung hier. Ich schieße jetzt nochmal zurück in Halle B, nochmal gucken, weil die Messe hat nur noch anderthalb Stunden offen und dann ist Abbau, schon, schade, fast, ne. Gerade das erste Mal die Messe so in Gänze dann nochmal erlebt, war schon wieder vor bei. Also ich muss sagen, Fazit, Wiener Comic Con, nächstes Jahr sehr gerne wieder, dann bring ich auf jeden Fall Paul und Flo mal mit, ich glaube, denen würde das ja auch ganz gut gefallen. Ganz schön, das ist erst meine zweite Comic Con, ich war nur in Berlin ansonsten mal auf einer, aber jetzt die hier in Wien hat mir deutlich besser gefallen. Es ist Standabbau und es ist noch was Schönes passiert, abgesehen davon, dass noch mal alle vorbeigekommen sind, um sich zu verabschieden, Puzzi und alle anderen. War hier gerade jemand an unserem Stand, Salivia Demons machen die, wir haben hier einen eigenen Artist Stand und die haben gesagt, komm mal mit an unseren Stand und dann bin ich mit hin. Wir haben eine 18 Plus Area, also da gibt's so spicy stuff und dann durfte ich mir was aussuchen und dann habe ich gedacht, das ist doch perfekter Moment, um Flo und Paul was mitzubringen. Habe ich gesichert, zwei Comic Bücher für euch Jungs. 18 Plus, ich sag nur, sehr spicy. Also vielen Dank an Salivia Arz, die haben die bei gesteuert. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr dürft euch dann aussuchen, welchen ihr haben wollt. Ich habe zwei. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal zum Abschied, muss ich danke sagen an den guten Chang, der das alles hier megamäßig gerockt hat. Ich komme nächstes Jahr gerne wieder. Gerne. Also ich freue mich darauf, wenn die AL-Gruppe kommt. Ja. 360 Grad Unterhaltung, Ruhe. So sieht's aus. Nicht vergessen. Jede Woche, glaube ich, Montag, Mittwoch und Freitag. Und dazwischen immer Copy and Taste. So ist es. Richtig. Sehr geil. Chuck, mega danke für eine schöne Woche in Wien. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich würde dich freuen. Ja, passt. Bis weiter, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.